Erstmal ausprobieren, vielleicht ist er trotzdem bad. Aber auf dem anderen Server war ich nicht God-Mode. Nein, das ist irgendwie so komisch. Ähm... Aber du bist jetzt nicht mehr God-Mode. Also du bist jetzt schade. Ah ja, ich verliere Essen, das denken sie. Ja, okay. Ähm, das heißt jetzt dann aber auch, dass ich wieder Essen brauche. Also ich ne, verliert man dann Essen. Fuck. Verlierst du jetzt der Geschwindigkeit Essen, wie du es vorher verloren hättest. Ah, das kann man nicht ändern. Das heißt, boom, weg. Oh, das kriege ich an, sonst wäre ich jetzt schon. 5 Brote, oh, werden nicht gezählt. So, jetzt kann man anfangen zu spielen. Ach, jetzt schon, was ist das? Ja, ist halt, wenn du nicht sterben kannst, so ein Geater. Dann nimmt das echt ein ganzes Stück an Überraschungsmomenten im Spiel. Ja, sieh'n Creeper, der neben der steht und bumm, mach' dann hau' sie die Luftfetts bitte zusammen. Oder mich die Luftfetts, weil er zu doof ist, um ihn zu töten, Noobies. Ah, lalalalalala. Hahahaha. 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 Oh, herrlich. Guck mal, da ist ne Schlucht, Rums. Ups. Ne noch nicht, man da ist ne Schlucht. Hahahaha. Was wenn ich bin rückwärts gegangen und auf einmal war er freier Fall, dann dachte ich, jo. Das ist jetzt nicht so geil. Das ist jetzt nicht ganz so premium. Oh, ja. Ah, schön. Hast du wieder Gravel hier, Tuki? Hm, müsste irgendwas noch drinnen liegen, ja. Ne, da nicht. Ansonsten kam ich schon ab 1-Stack. Komm mal zu dir runter. Ich hab schon wieder ver... Kein Peil, wo lang ich die Graben hab. Ich erinnere mich nicht mehr 10 Sekunden, was ich gemacht habe. Da oben ist auch noch irgendwas. Kurze Gedächtnis 10 Nanosekunden. Bist du rechts rum, dann? Wenn das... Du gräbst einfach mal runter. Du musst, glaube ich, auf Ebene 20 oder so graben. Also noch 7... 17 runter und da hast du irgendwie die beste Wahrscheinlichkeit für Diamanten oder sowas. Ebene 20, wo kann ich was nachgucken? F3. F3. Mach mir hier ein bisschen leid, ne? Äh, X, Y, Z. Äh, Y. Okay. Dann mach ich das mal. Kann man auch ganz einfach herausfinden, Jocky. Einmal sprechen. Einfach mal springen oder... Nein, das wäre zu viel. Hätte ich nachdenken müssen. Ja, stimmt. Das kannst du ja nicht. Ich leuchte dir hier mal... Okay, da ist nicht dunkel. Hat dir mal hier die... Ausgeleuchtet, dass nicht ein Creeper von hinten kommt, ne? Das wäre dann... Ja, das wäre nicht so. Bin ich ganz so sexy. Entschuldigung. Eine Frage. Starten nicht. Ne. Da runterlaufen? Geht. Eigentlich. Waren wir statt Zombie? Haben wir denn noch... Eigentlich Brot in der Kiste oder hat da jemand das komplett ausgelöst? Gelootet! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Dann müssen wir ja bald wieder ehren, oder? Tut mir auch voll nicht leid. Ich hatte Hunger. Ich hab noch 20 Fleisch bei mir. Mhm. Ey, 23. Looting-Level kurz in Tokio. Na, das ist tatsächlich mit mir harte Arbeit. Nimm alles, was du kriegen kannst, und gib's nicht die zurück. Oh ja. Ach, lass mich nachdenken, was der Film war das. Flut der Karibik. Ja. Ey, was hat er gesagt? Lass mich nachdenken. Lass mich... Lass mich Flut der Karibik... Nein! Vor allem wie langsam das kam. Da kam die Antworten vom Ding. Oh, mit Erde kann man die Gräser ziemlich gut wegmachen. Wie's denn anhört? Und der läuft da lang und zip und zip. Ja, ja. Schnipp, schnapp, Haare ab, ey. Jetzt aber die freundliche Variante da. Jetzt sind sie alle nackig hier. Oh, Peter. Hast sie alle nackig gemacht, okay. Warum mach ich die Kiste, wenn ich Stufen machen will? Nee. Aber bring mich nicht aus dem Konzept, Peter. Nicht mal als Peter schon. Ja, ja. Da bring ich dich aus dem Konzept, hä. Nackiglich, dann bist du da schon... Gott. Hast du doch, wenn du so viel Gras kriegst, ne? Wenn du... Am Ende nur noch Gras darfst. Auf jedem Block hast du... Also dieses hohe Gras, ne? Halt... Nicht Grasblöcke, sondern... Klangber noch nie stimmts. Du, wir, wir, das mal gerne aus. Das hat aber nicht mit Gras zu tun. Ja, egal. Da wird es von Fuchini. Ähm. Nee, der Baum wächst genau nicht in dein Haus rein. Du, the Mario. Hab ich richtig gezählt, hast du den mal vor deinem Haus gesehen hier, den großen? Der nicht in dein Haus rein wächst. Mein Haus ist jetzt relativ fertig, bis auf die Glasscheiben. Ich hab dein Haus ein bisschen getarnt in Bäumen hier. Ja, ich seh schon, guck mal nach oben hier. Moment, hier ist ein bisschen klein, ne? Wie sieht eigentlich die Allee von oben aus, wenn ich komm mal hoch? Ziemlich bewuchert. Also große Stunde, ne? 1, 2, 3, 4, 5. Mach 5 vollen, bleib klar. Also das ist jetzt halt der Abstand. Moment, wo ist noch eine Treppe hoch? Da hinten, ne? Ähm. Ja. Tup, tup. Mö, 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 mö. Ich hab dich eben hochgebaut, ich hab das denn gerade fertiggestellt erst. Deswegen. Ähm. Soll ich die dann, die Allee dann lieber... Ich würde noch eins weiter weg machen von dem Garten, damit du auch Platz hast dazwischen. Sonst macht's nämlich keinen Sinn. Also, dass man zwischen den Bäumen hergucken kann? Ja. Zumindest ein bisschen. Hm. Mach die zwei weg. Willst du gerade mit mir alle abholzen? Danke. Dann haben wir ein bisschen Holz für Stickys und so. Ja, für Stickys aber auch immer. Ja, oder jemand braucht helles Holz. Ja, das ist auch okay. Ja, ich helf dir ein bisschen. Oh. Und dann halt hinterher irgendwelche Postlinge einsammeln. Ja, hast du Kabelstarten? Ich? 54. Ja, dann gib mal ein bisschen was, bitte. Nein, ich kann wieder hoch. Jump. Holztier. Höhö, Holztier. Losttiger. Wir sind jetzt für einen Schuss zu schnallen. So. Nicht wirklich, ne? Nein, irgendwie. Irgendwie überhaupt. Oh ja, ich wollte gerade fast noch ab Stand 4 ist, denke ich, ich gerade gemacht habe. Äh. Ganz toll. Fuck. Genau. Ich fiel das Wort nicht ein. Aber bevor ich das mache, räum ich am Bett mal um. Oh, so. Zoom, zoom. Ich ziehe mal kurz mit ein. Das sieht nicht so gay aus. Das war nicht schwierig. Hallo, das ist aber auch ausgeliefert. Ähm. Ich find, meinst du gut was mit der Watchtower? Oh, ich, Moment, dann mach ich das schon. Ich mach das Haus noch gerade fertig, das dauert nicht lange. Ich muss noch das Glas abholen, reinsetzen und das Bett hinstellen. Das war's. Dann hab ich fertig. Das ist gar keine Innenleinrichtung. Das ist aber schwach. Ja, okay. Gut, von mir aus. Die muss ich dann noch wirklich noch machen. Aber der Rest ist... Also Beleuchtung und so ist auch schon drin. Nur die Grundausstattung. Ist... Hat's ja erledigt. So. Hm. Wie lange nicht mehr so tolle Bäume geholzt. Ich glaub noch gar nicht hier in den letzten... 30 Millionen Folgen hier. Hahaha. So. Tobi, sind jetzt ganz in pink. Ach. Fee. Fertig schon. Jeder beneidet uns. Nö, ich hab's... Oh ja, das ist grandios. Aber das Dach ist nicht in pink. Nö, das Dach ist nicht in pink. Das Dach wird in rot. Halt demnächsten, was man so machen kann. Sexy. Ja. Ist es auch. Die Frauen haben halt immer den Geschmack, ne? Wie man da arbeiten. Ja, das haben wir jetzt noch nicht in den Berg. Äh... Wer hat gesagt, das Dach wird richtig Toki. Hm. Hä, was? Ja. Ja, klar. Ich glaub, die haben gesagt, dass ich geil bin. Also, du müsstest gesagt haben, was anderes. Kann gar nicht sein. Also, kann Toki nur hören, dass er geil ist? Sonst kann er nichts hören? Lukas hat sich jetzt mal in Ego verliebt, ne? Was kann ich dafür machen? Wow! Hör mal, warte, 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 warte. Wow! Äh, Kies. Wie war das? Wolle nimmt er sowieso nicht mit, ne? Das weiß ich nicht. Kann gut sein. Ich meine, dass er keine Wolle mitnimmt. Ich geh auch mal Richtung Bett. Ja, also, wahrscheinlich muss ich jetzt auch schlafen, halt, oder? Ohne Godmode. Aber ich bin auch gerade am Bett, also von daher. Ja. Ach, vielleicht, Moment, Moment, wer hat immer geschlafen, der Lukas, oder wer? Ne, ich hab nicht geschlafen. Für mich war das unwichtig. Aber ich musste doch auch schlafen, ich war nicht geschlafen. Kann ich wieder? Ne, ich musste nicht schlafen. Ne, warte mal, ich muss gerade hier noch das Bett hinstellen. Ich kann doch jetzt mal probieren, wenn ich nicht im Bett bin. Wenn in der Hoffnung gleich nicht geweckt wird zu werden, von irgendwas explodiert oder so. So, okay. Gut. Bis im Bett? Ja, das ist alles okay. Vielleicht ist das mit der Mehrheit, oder? Na, ne, eher nicht. Nur mit deiner Mehrheit. Eins aus drei ist halt immer noch nicht die Mehrheit. Doch, das ist die Mehrheit. Ich hab Mathe-Ecker. Okay. 75% der Mathe-Ecker, gut, dann höre ich zu den restlichen 80%. Dumm, dumm. Okay. War nix. Ne, ne. Padam. So, was brauch ich? Ich brauch noch mehr Glas. Peter? Ich hab noch drei Glas, wenn du die auch noch verbauen willst. Ich hab Erde ganz viel. Ich hab echt nicht so gern. Ja, aber dann hab ich halt keine drei Glas im Inventar die ganze Zeit rumtragen. Ist okay. Ich komm zu dir jetzt. Ui. Na ja, Peter, ich hab ein paar Birkensitzlinge. Geh piss, Skeletz. Eins, zwei, drei, vier, eins, zwei, drei, vier, drei, vier, drei, vier, 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 vier so ach ich hab noch ein Glas, warte mal die waren noch im Ofen das sieht schon freundlicher aus ok, dackeschön baut doch jemand Kies, oder? der Peter baut mal Kies ja, Peter ist der Kiesbauer witzgerissen nein, eigentlich wenn wir sehen wir, Peter den einen Baum hier an meinem Haus, den kann sie direkt wieder weg tun, der sieht nämlich echt kacke aus das hat nicht mehr der auf der anderen Seite schon ist ja, der wird auch noch geholzt naja, ich hab noch ein paar Sitzlinge, ne? ja, Sitzlinge hab ich auch noch, Dschungel, 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 Dschungel ja, ich brauch nicht die Dschungel, ich brauch hier die ja, die Schwuchteldinger soll ich den Dschungel einfach mal irgendwo hinsetzen? das hat super heiß ne, wenn die nicht im Dschungel stehen, werden die nicht so groß echt? so Sachen gibt's oh lol an Kutzhaus gehen die nicht weg, weil der da die Holzdinger verbaut hat die Blätter gehen nicht neiiiin er muss die Blätter wohl so mit der Hand ab machen neiiiin und mit dabei Wolltest du die dran haben, oder? neiiiin hmmm wunderschön 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 ja, ich brauch noch Minimalglas jetzt, dann hab ich ach, da hinten am Haus hängen sie auch, oh maaan aber was für ner Range steht da dran, hey wunderschön wunderschön treppen ich muss immer falsch runter dran hey so ja, Peter, ich hab'n bisschen Holz für dich, ne ja, so 50 Roh Holz ich hab, ähh, 100, zirka also, 98 genauer Naja, dann kriegst du nochmal 50 von mir. Okay, raus. Jetzt wohl ne Schaufel. Mh, meine Schaufel ist ja kaputt. Ey, die kann man nicht durch deine Hand gelaufen. Ich hab grad mal scheiß 7 Eisen gefunden. Ah, der Baum ist ja weggegeben. Ja, hab ich weggesetzt. Decken wir auf den Piss. Kann man eigentlich auch. Ne, kann man nicht. Ach, kann man. Ist ja wieder drück... Ah, Mann! So, ich bewege mal wieder nach oben. Alter, das war jetzt sehr... Sehr ergiebig, sagst du? Ähm... Hm.